Er war noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Aber dann hat ein Frührentner Norderstedt in großem Stil eine Marihuana-Plantage aufgebaut und sich dabei von einem Freund helfen lassen. Das Projekt flog durch einen anonymen Tipp auf und jetzt folgt die Strafe. Das Kieler Landgericht hat den Haupttäter heute zu 4 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt. Sein Helfer kommt mit einem Jahr und 8 Monaten auf Bewährung davon. Dieser Container hier ist eine Begegnungsbox. Da könnte man jetzt meinen, das hat vielleicht irgendwas mit Nachbarschaftshilfe zu tun oder mit irgendwelchen kreativen Prozessen. Ist aber ganz anders. Sie dient einem viel existenzielleren Zweck. Psychisch Kranke können hier endlich wieder persönlichen Kontakt zu ihren heilpädagogischen Betreuerinnen und Betreuern haben. Der war wegen Corona nicht mehr möglich. Dabei ist der Kontakt gerade während der Pandemie besonders wichtig, weil Tagesstrukturen wegfallen und die soziale Isolation wehtut. Deshalb setzt die Einrichtung Johannesthal in Schleswig jetzt auf die Box. 1,2,3,5、-2,7,5,5,5,5-3,6,5,5,6,5,5,6,6,6,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,6,7,6. Vielen Dank.